Ciao liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Amore zu Bella Italia, denn aus Bella Italia habe ich mir dieses wunderschöne Steelbook bestellt. Und zwar von Amazon Italien für umgerechnet 27 Euro inklusive Versand. Ja, wie man auch hinten auf dem Backpaper sehen kann, dann sieht man, dass hier eine deutsche Tonspur enthalten ist und das ist eine wunderbare Sache und der Vorteil gegenüber dem Zavi Steelbook. Das Steelbook selbst ist genauso wie das von Zavi, eine wunderschöne Rahmenprägung und Prägung des Motivs auf der Vorderseite. Die Lackierung ist matt gehalten, genauso wie beim Backartwork, aber das Backartwork sieht wirklich richtig klasse aus. Toller schimmernder Effekt des Steelbooks, also das sieht richtig super aus. Hier eine Komplettansicht dieses wunderschönen Steelbooks, auf der Spinne auch kein Titel, aber zu verschmerzen. Ich finde, es ist einfach ein wirklich tolles und gelungenes Steelbook. Hier noch der wunderschöne Innendruck, rechts die Discs 3D und 2D, beide mit deutschem Ton und hier der Innendruck ohne Discs. Das war's von meiner Seite aus, ich bedanke mich fürs Zusehen und ciao!